so jetzt haben wir hier ein paar thundercongs so ein bisschen von kleiner groß fangen wir an mit dem thundercong whistling ein bisschen mit steinstutz umkippen die scheppern aber ordentlich dann haben wir thundercong max dieser schall hier ist krass dann haben wir jetzt thundercong shocker und der letzte ist der thundercong geoshock richtig fette teile auf jeden fall das ist schon gleich mega ja ja